Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute geht es ans Eingemachte und zwar wollen wir heute einen Schwarm erstellen und mit diesem Schwarm oder diesem Schwarm dann von beiden virtuellen Maschinen, die wir in den letzten paar Videos erstellt haben, beitreten. So, ich sollte zunächst einmal dazu sagen, jeweils auf welcher Maschine ich gerade arbeite, denn das könnte ein kleines bisschen schwierig werden, was den Überblick angeht. Wir gucken uns erstmal an, was ich für virtuelle Maschinen habe und das sind tatsächlich zwei virtuelle Maschinen, also keine Container oder sowas, sondern echte VMs, quasi so, als hättet ihr zwei weitere V-Server euch gemietet und die wollen jetzt dem Schwarm beitreten. So könnt ihr euch das vorstellen. Okay, wir haben hier einmal die MyVM 42 und die MyVM 1337. Wer nicht weiß, wie die entstanden sind, einfach mal bitte die vorigen Videos gucken. Und ja, wir wollen jetzt einen Schwarm erstellen. Diesen Schwarm müssen wir natürlich zuerst einmal initialisieren auf unserem Host-System, also auf unserem ganz normalen System. Dazu müssen wir erstmal jeden alten Schwarm verlassen, den wir eventuell haben. Das heißt, sudo docker swarmleave und minus minus force, falls ihr sogar der Swarm-Manager wart, falls ihr irgendwann mal einen Schwarm habt. Ansonsten macht das hier quasi nichts. Das heißt, ich bin in keinem Schwarm drin und bekomme einen Fehler, dass ich in keinem Schwarm drin bin. Das ist auch völlig okay, so wie gesagt, ich war in keinem. Nur falls ihr in einem drin seid, könnt ihr diesen so verlassen. Und jetzt wollen wir natürlich einen neuen Schwarm erstellen. Das heißt, sudo docker swarm init. Bam. So. So, jetzt habe ich hier ein ganz spezielles Problem, das bei euch auftreten könnte, weil ihr natürlich auch ein ähnliches Setup habt wie ich. Ich habe hier einmal eine IP-Adresse auf meinem ganz normalen LAN-Netzwerk, das ENP0S25, also das ganz normale Netzwerk hier im Endeffekt. Und ich habe eine IP-Adresse in meinem V-Box-Netzwerk. Das V-Box-Netzwerk wurde mir automatisch hier durch Docker Machine erstellt. Das ist auch völlig okay so. Jetzt sollte klar sein, dass wir dem V-Box-Netzwerk den Schwarm hinzufügen wollen, damit wir da auch richtig beitreten können. Das ist im Endeffekt einfach, also in vielen Fällen wird das hier einfach so funktionieren. Da werdet ihr keine Probleme haben. Falls ihr das hier bekommt, müsst ihr eben noch eure Adresse quasi angeben. Das heißt, ihr müsst angeben, welche IP-Adresse ihr dafür verwenden wollt. Advertise, Address und dann wollen wir die hier haben. So, das ist die Adresse in meinem V-Box-Netzwerk. Okay, starten wir das Ganze und jetzt haben wir offensichtlich gerade einen Schwarm erstellt. Wundervoll. Nun, diesen Schwarm, den haben wir und jetzt müssen die anderen Worker diesem Schwarm beitreten. Also, ich bin jetzt quasi der Manager, das ist mein Current Node, mein aktueller Computer sozusagen, mein aktuelles Gerät, ist jetzt hier der Manager von einem Schwarm geworden. Und diesem Schwarm kann man beitreten, indem man dieses Token hier verwendet und meine IP-Adresse auf dem Netzwerk und den Port 2377. Jetzt müssen wir aber noch irgendwie in diese virtuellen Maschinen reinkommen, denn wenn ich das jetzt hier bei mir auf dem normalen System aushöre, naja, dann habe ich relativ wenig gewonnen. Deswegen muss ich jetzt noch irgendwie das schaffen, dass ich meinem Schwarm von meinen virtuellen Maschinen beitrete. Und das mache ich über SSH und zwar über Docker SSH, weil das quasi mir alles kapselt. Also, ich muss dann keinen Schlüssel angeben, ich muss gar nichts angeben im Endeffekt, sondern ich kann einfach sagen, sudo Docker Machine SSH. Und jetzt kann ich sagen, in welche VM ich rein möchte, myvm42 und gebe dort an, was ich ausführen möchte. So, ausführen möchte ich dort natürlich Docker Swarm Join mit diesem Token hier und dieser IP-Adresse. Also, das einfach kopieren und hier einfügen. So, wir sehen, dass jetzt dieser Befehl hier über SSH ausgeführt werden soll und zwar an myvm42 gesendet wird. Und jetzt filmen wir das einfach aus und dann steht hier this node joined a swarm as a worker. Das heißt, wir haben jetzt dieser VM gesagt, okay, du bist jetzt ein Worker und wir können jetzt auch noch unsere Maschine 1337 instruieren, dass sie auch als Worker diesem Schwarm beitreten soll. Wundervoll, wundervoll. Das heißt, wir haben jetzt ein Swarm, ein Schwarm im Endeffekt aus drei Maschinen, nämlich einmal den Manager meinem normalen System und zwei Worker, der VM 42 und der VM 1337. Cool. Diese beiden haben wir sogar über SSH instruiert, dass sie das machen sollen. Wie gesagt, das kann man auch anders lösen. Das ist jetzt nur über Docker Machine gelöst. Und wenn ihr diesen Befehl auf den anderen VMs dann einfach ausführt, funktioniert das wunderbar und genau gleich. Also, das heißt, einfach so ausführen und dann passt das. Achtet darauf, dass sie trotzdem im selben Netzwerk sein müssen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie in einem lokalen Netzwerk in, keine Ahnung, Karlsruhe bin und jemand anders ist in einem lokalen Netzwerk in Berlin, dann wird es schwierig, die beiden miteinander kooperieren zu lassen. Das heißt, da müsst ihr erst ein Netzwerk aufbauen und diesem Netzwerk müssen dann beide joinen, damit ihr hier eben auch den Docker-Schwarm erstellen könnt. Das kann ein Problem sein sonst. Cool. Und ja, was kann ich jetzt machen? Naja, ich kann mir anzeigen lassen, welche Nodes denn gerade drin sind. Das kann ich machen mit sudo-docker-node-ls. Und dann sehen wir hier einmal Morpheus. Das ist mein normales Hauptsystem. Das da. Das bedeutet, ich bin der Schwarm-Leader und ich bin natürlich active und ready. Und dann habe ich natürlich hier auch noch die zwei anderen Nodes, die dann auch zur Verfügung... Das brauche ich eigentlich nicht ausführen. Das sind meine VM-42 und meine VM-1337, die auch dem Schwarm beigetreten sind. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. So baut ihr einen Schwarm auf. Wir hören uns dann schon wieder beim nächsten Mal, wenn wir dann auch wirklich mit diesem Schwarm interagieren wollen. Und bis dann. Ciao. Ciao.